Jetzt, wie haben Sie den ersten Besuch nach diesen zwei Monaten erlebt? Sehr schön, dass man einfach mal wieder in die Augen schauen kann. Es ist einfach nicht das gleiche, wenn wir nur telefoniert. Wir haben bis jetzt keine Videotelefonie probiert. Aber jetzt war es dann mal ein bisschen zu höh. Du? Ja, ich habe es auch wunderbar gefunden. Und es ist schön, dass wir Sie wieder mal nach so langer Zeit kennen. Also sehen und es kommt auch viel über, auch wenn man sich nicht berühren kann. Ja. Zustimmung meinerseits. Ja. Es ist fast ein bisschen drätselig, zwar natürlich zum Teil. Dass man dann denkt, man würde gerne den Arm halt umarmen, aber da ist halt jederzeit nicht möglich. Ja, hoffentlich ein bisschen Zeit. So, genau. Dankeschön für Ihre Eindrücke. Danke.